Bei dem kürzlichen Sommerfest von Ein Herz für Kinder gab es überraschende Enthüllungen von Verona und Franjo Poth. Das langjährige Ehepaar Verona und Franjo, das seit 2004 verheiratet ist, sprach offen über das Thema Scheidung. Bisher galten sie als unzertrennlich, doch Verona und Franjo überraschten die Presse mit ihren Äußerungen. Auf die Frage eines RTL-Reporters, welche Themen besser nicht auf dem roten Teppich angesprochen werden sollten, antwortete Verona scherzhaft, unsere anstehende Scheidung.